Untertitelung des ZDF, 2020 Der Anträger, Faden aufnehmen! Hier bei uns sind wir heute, weil ich im letzten Jahr derjenige war, der das letzte Stück von der Tonne oder vom Kreuz abgeschlagen hat. Das ist dann der Tonnenkönig. Davor fällt der Stäbenkönig und davor fällt der Bodenkönig. Das ist immer der Letzte, der das Stück vom Boden abschlägt, ist der Bodenkönig. Dann diese Dauben, Stäben, das heißt bei uns hier oben Stäben, das ist der Stäbenkönig. Und der das letzte Stück abschlägt von dieser ganzen Tonne, ist der Tonnenkönig. Und das bin ich. Der Siegerschläger, ich weiß es, der schwerste. Oh, oi oi. Jetzt wird's auf. Schickes Pferd. Oh, jetzt geht's los. Hat er ein tolles Pferd. Doch für Ronja. Ronja. Ja, das Pferd ist ein bisschen abgeschriegelt, damit wir den Sattel nachher, damit er für den Pferd schwitzt. Und wenn dann das Pferd schwitzt, dann kann es passieren, dass es ein bisschen reitet. Und das ist unangenehm für das Pferd. Deswegen machen wir es ein bisschen sauber. Ja. Das alles mir schick aussieht. Aussi. Komm, sag her. Ja, hier ist er. Bist du doll aufgeregt? Oh, es geht, ne? Du bist nervös, oder was? Wollen wir Stabstreden, oder was? Na, jetzt muss Fettgesinn ab. Ja, da ist ein bisschen so. Ja, das ist mein Schicker, ne? Ja. Schönen Schicker, ja? Ja. 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 Na, du bist mal fast mit Sattel und durch. Ja. 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 Es ist die Tonne. Ich habe ihn fest. Nein, wir sind noch nicht dran. Es muss die Heik in der Sonne gewesen sein. Ich habe ihn festgestellt. Ich habe ihn festgestellt. Es ist kein Brandwein, keine Bonbons, kein Leben des Tier, nichts. Hier ist wirklich leer. Es ist aber noch etwas drin. Es ist noch etwas drin. Ist noch etwas drin? Nein, das war es schon. Guck mal rein, Andreas. Ist noch etwas drin? Nein, das war es. Es ist raus. Ja, das war es schon. Der Bodenkönig heißt in diesem Jahr Uwe Lindner. Ja, das war es schon. Ja, das war es schon. Ja, das war es schon. Ja, doch der Schlag war nicht schlecht. Doch, so muss das sein. Das muss ja alles runter. Ja, das war es schon. 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 Sehr schön, sehr schön. Neu, neun, zwei Stücken. Eins, eins ist noch. Ja, es kommt ein schönes Stück, ein schönes Stück. Ein Stück, ein Stück nur. Freut, hau es ab. Das ist ein Zölcher, der Frank. Also es gibt es doch gar nicht. Aber er hat auch ein kleines Pferd. Haut da ran, Junge. Kein grünes Licht oder wie auch immer. Na, Katharina? Da hast du doch ganz so viel nicht schlecht. Ich brauche noch sie. Bin das erste Mal mit? Nein, jetzt. Ja, ja. André Feminist, Tenkone 2005. Jetzt haben wir 70.36 Uhr. Ja, wir haben einen neuen Tankenkönig. André Femin. Er reitet seit 1998 mit. Und das ist seine erste Werte. Wir Karolien andré Feminist, und er hat einen Mut. Gut. 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 Der alte König, Stefan Kono, überreicht in die Scherbe. Der alte König, Stefan Kono, überreicht in die Scherbe. Der alte König, Stefan Kono, überreicht in die Scherbe. Der alte König, Stefan Kono, überreicht in die Scherbe. Der alte König, Stefan Kono. Der alte König, Stefan Kono, überreicht in die Scherbe. Der alte König, Stefan Kono. Der alte König, Stefan Kono.